So, da sind wir wieder. Der Christian, der hat mich gerade hart verarscht und hat gesagt, der wäre draußen, obwohl der nicht draußen ist. Dann ist er draußen gegangen und ich bin reingegangen. Das klingt sehr... Und jetzt komme ich nicht mehr raus. Und da ist gerade wieder einer abgekackt. Herzlich willkommen bei Boost Sidewinder. Es geht los übrigens. Herzlich willkommen bei Boost Sidewinder. Hier sind gerade ein paar Stück weggeflogen und ich habe gerade gesagt, dass es losgeht. Nur mal so, ne? Ja. Achso, nein, fuck. Alter, was ist denn da gerade passiert? Ich dachte, du meinst nur los mit der Aufnahme. Ja, habe ich doch gesagt, der ist jetzt los. Oh, wo geht denn der jetzt schon wieder hin? Hoppala. Was? Das ist direkt hinter dir. Nein. Ah! Alter. Oh nein. Ach ja. Stimmt ja, da kann man ja durchfahren. Nein, kann man nicht. Scheiße. Alter. Jetzt hört es auch lustig zu sein. Siehst du, jetzt geht die Aufnahme los. Das ist ja Spaß weg. Ja, da kommt noch. Hoff ich. Ich sehe euch übrigens gerade nicht. Das macht mehr... Alter, die... Ging. Christian! Geht's dir lang? Nein, dir geht's nicht lang. Aber hier. Alter! Was machst du da? Ja, irgendwie lach ich hier, Thor. Jetzt lach ich. Aufnahme an Allah ist Apokalyptis. Apokalyptis now. Was machst du denn da? Wer? Ne, Christian! Hast du jetzt das gleiche versucht, wie ich, oder was? Geht's wieder. Hast du jetzt das gleiche versucht, wie ich, oder was? Nein, den Finger kann nur bei mir richtig sein. Das sehe ich doch gar nicht. Was macht ihr denn? Ich bin hinter dir. Nein! Doch! Ich sehe dich da. Du bist gerade in die Kurve gefahren. Äh. Ist kein Scheiß jetzt. Ich bin jetzt ganz langsamer geworden. Du bist so... Hä? Das bist du... Doch! Da! Go! Und ich höre an Initial D und du kommst abgefetzt, Alter. Ich hab voll Schiss insgekriegt. Verfiss dich. Nein! Nein! Initial D, lass mich in Ruhe. Das hat doch nichts mit Initial D zu tun, was du da veranstaltest. Ich darf nah an! Oh, ich komme auch immer näher. Irgendwann. Der Leggy-Deggy ist auch im Anmaß. Boah, das regt mich auf, das war das von vorhin nicht drauf hatten, ey. Swaggy-Laggy. War echt genial. Beides war genial. Ah, nee, nee. Scheiße. Ich bin über Grasdinger geflogen. Hi, Christian. Boah, Alter, kommt da angefetzt, ey. Boah. Ah, nein. Alter, Alter. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh, I believe I can fly. I believe I can fly. Flyer, Flyer. I believe I can fly. verteilen. Open your fire, feel my desire. Jetzt sind sie alle ruhig wieder. Alter ich rums hier alles ab ey. Ja ich auch. Doch! Tankstelle. Toll. Was macht der denn nachher? Ich hab das gesnäht. Der ist voll abgehoben. Der kriegt Toll. Wie oft fahren. Der Christian ist voll abgehoben. In der Tankstelle. Ey, alter. Ey, rück da man auf mir. Rück da man auf mir. Ey, ich bin so unsichtbar geworden bei mir als ihr auf hier drauf... Also so ganz komische schwarze Texturen hatte ich gehabt. Wo seid ihr jetzt lang gefahren? Ja, bei der Ingesprach. Da fliegen wieder Autos herum? die Bargast Christian und war scheiße und wo ich glaube wir haben sie gerade diese Wege geballert und war A8 nö ach du scheiße wo guckst du denn hin ach wo guck ich hin hin wo guck ich hin hin wo guck Naja Foll da fliegt seine weg Nö oa der war noch nicht so wie er macht weg ich weiß nicht wo der Mike ist ich bin genau hinter Christian aber ich komme nicht vorbei weil der immer wegstehnt oh warte mal wenn ich euch sehe ist das scheiße abpisst euch Nimm Christians Windschatten gibt es übrigens auch in World Racing 2 ich weiß nicht ob es den in VV Speed wollte alter Christian was mach ich denn hier zu mir du schubst mir Autos ins Gesicht bei mir gammelt er nur rum und schiebt Taxis weg sag ich doch dort kann er sagen dass du schon der Topspiel erreicht hast ich der Christian so weil die Kräfte nur noch immer auf einer Drehzahlhöriger sein Nien Nien ich habe umgefahren scheiße wenn ich dann glaube ich denn wo den Blut Hahahaha ich habe jetzt erst gedacht gedacht du fährst in den Garten in den Golfplatz ein Garten es hat Gott gab für Golf ja genau Golfgarten Platz Platz geplatzt geplatzt macht ihr denn da gar nichts wir kommen ja das ist doch dann schlimmer mach doch mal was ja wir beschleunigen toll kennt jeder hallo ihr habt ein ah ich habe ein äh muzzlecard das ist gut in der Beschleunigung aber nicht gut im Top ALTA oh ALTA bei mir fliegen Autos wie die Kögel bei mir nicht he he alter Alter wo soll denn der ist gerade gegen die Wand gefahren nö eigentlich nicht sahne so aus Alter fahr doch nicht auf der Autobahn Christ ha 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 komolo ne gab es so ah kommst du nicht weg abnix 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 zum Glück ja da ich drehe dich gleich irgendwie auch Alter Christian kommt ihr ist da Manu warum nimmst die Autobahn gleich hab ich dich nicht zweifel er ist er ist umgekippt in der Kurve direkt mit euch also Christian wir sind zumindest nicht schnell wir hauen ja gerade alles um ach du fahr ich denn hin alter Pickup, hau ab hier alter Pickup Pickup, der Picknick auf dem Leitnens alles knapp mann ich wollte gerade sagen warum ist die Karte schon wieder hier gespawnt er flotung der Mann gefallen nun war man nicht noch selber was habe ich wenig FPS nicht das Jahr haben wir nicht vor das ist die ganze Zeit Autobahn ich hab dich gerade ehrlich nicht mehr ah nein nein Christian Christian das ist ja nur Taxis-Ding was machst du da hinten über lass mich in Ruhe ich fahre und schmeißt genau wir sind nicht hier beim Olympic Diskus werfen warum nicht weil es nie versprochen wird ist wo macht Flo denn jetzt schon da oh alter nein hey kacke wo ist er denn jetzt ja noch da da jetzt komm her x8 da lag da lag hier seh ich doch da lag nicht gegen Autofahrt ups Cause Alter hör auf so ruckzulacken halt nur A-NO ah 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 hast du drauf ja um sowas hab ich mich so gelacht ah 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 Alter was ist denn heute los ey erst schießt das Spiel bei mir die ganze Zeit ab dann fliegt ja alles durch die Gegend das ist bestimmt weniger abgestürzt so bei mir ständig sagt jetzt so hoch sie sind schon von dem Spiel zusammengekracht ich kann meine andere Stadt fahren Kreisverkehr Boah Mutter von mir, Angweiler nee, ich habe gerade ein Auto ums Gesicht gehabt, sonst hätte ich den gehabt das muss ich erstmal wieder beschleunigen Klasse C Autos sind mal drei Tage bis sie beim Topspeed drauf sind der Christian überholt mich sogar gleich schon was ist denn hier los? warum ist der denn verpackt? weil er manchmal manchmal wird er komisch schwarz durchsichtig und dann zieht man durch die Map Beispiegegegegegegegegegegegegeist C Autos Alles hat격 jetzt habe ich dich gehabt okay mama halt mal an halt mal an nichts mehr machen ich glaube der christian ist uns gerade weggeschissen ja ich glaube ich habe gerade ein geräusch gehört ich glaube der ist abgekackt ne der ist ja nicht ah ne der ist doch gekackt ja ja toll ja unterbricht mal kurz die aufnommen weil der christian abgekackt ist wir sind seit nächstem mal wieder blablabla nein wir sind selbst so er sind wir wieder die christian ist gerade alles weggeschossen sorry und wir machen sofort weiter sorry leute weiter gucken und einer hat die einladung nicht bekommen weil er oft er wäre ich habe ihn bekommen der einladen wir haben ich glaube ich bin das ach schon mal wusste jetzt hat die wieder einer nicht bekommen ja war ich gerade ne ich habe die bekommen ich habe die wieder nicht bekommen soll das denn jetzt ich nehme Flo einladen geht ja warte mal ich verlasse noch mal die Gruppe ja mach mal so lad mich noch mal ein ich muss mir angewöhnen nicht die ganze Zeit rum zu singen ja das sollst du echt mal abgewöhnt aber apropos singen ich möchte noch alles Lieder machen so versuch noch mal ja jetzt ist der Florian da in seinem Musik ja das macht in meiner Aufnahme das geht übrigens immer noch nicht Christa macht du doch mal ich bin auswählen Prozent datz Prozent wo wir jetzt ganz klar als Rockport den grünen Fotoapparat so wo in der in der in der in der in der in der nicht da unten da oben in der auch Habba! Öh, offen ist für ein Stadion-Treffpunkt. Warte, das Ding heißt... Kann ich nicht lesen, war die Karte zu klein, ist scheiße. Ähm, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich unterbreche nochmal kurz die Aufnahme, ich merke, dass das gerade ein bisschen dauert wieder. Bislang. So, da sind wir wieder, wir haben alle was bekommen. Leider kein Geschenk, sondern nur eine Einladung. Cool, ich hab immer noch Unikard, äh... Äh, wie heißen die Dinger nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Wie heißen die nochmal, Flo? Er war voll cool, war irgendwie ausgeglichen. Flo kriegt beide an der Strippe, ich krieg gar keinen an der Strippe und Mike kriegt einen an der Strippe. Hä? Wie jetzt? Zum Einladen. Du hast ja nur einen Einladen können, ich hab gar keinen Einladen können und Flo konnte uns beiladen. Hast schon recht. 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 So, jetzt muss man halt mal hier rauskommen. Flo, was hast du jetzt für ein Lied an? Äh, irgendwas mit Darren oder so. Oh boah, Station to Station, das finde ich voll cool. Heißt das echt Station to... Station... Station... HALT UP! Warten mal? Nein. Flo schlägt der Rad mit nem Weg, deswegen. Nein. Station to... Ja, ah, Station to Station. Flo, dein Handy, ich nehm das gerade mit aus. Oh, das ist nicht schön für deine Aufnahme. Äh, für meine... Christian, weiter nach vorne. Nein, mein... Geh... Weg. Der, der Christian ist hier im Weg. Da! Boah, Christian. Flo, er auf mich zu schubsen. Ey, das war nicht mit absücht. Bin draußen. Vielleicht doch. Bin nicht draußen. Scheiße, ich war doch genau da, wo der war. Ich bin draußen. Alter, ich will raus hier. Das Problem ist, ich bin jetzt auch dran. Nein, ich bin dran. Gut, Christian ist dran. Aua. Ey, jetzt aber noch nicht. Guck, ich verfolg dich rückwärts. Gar nicht mehr. Mein Flo. Aua. Flo, beweg deinen Arsch. Wo ist er denn schon wieder der... Ach, da ist der Christian. Alter, ich hab ein bisschen Angst, die Christian hat ehrlich gesagt, zu rammen. Die sind rumgerucke. Ah, jetzt hört der auf, auf zu lang. Scheiße. Christian, ich hab grad gesagt, dass ich nicht nach Campen kann. Du bist der... Ach, nach Campen. Station. Station to Station. Flo, gib doch mal Gas. Ach so, der haut schon ab, Mann. Natürlich haut der schon ab. Da war ein Liter meines Stellen, sorry. Boah. Da ist die Mappe. LOL. Hä, ich dachte nicht nach Silverton. LOL, was war das denn? Was denn? Keine Ahnung. Ey, ich hab voll den Grafikfehler vorhin gehabt. Wartet mal, wartet mal bitte. Brecht mal kurz ab. Okay. Ne. Leute. Wenn ihr das seht, sprult mal gleich zurück. Also diejenigen, die angucken, und guckt mal da hinten, da wo der Zug jetzt gerade war, da die Berge. Da war gerade alles unsichtbar, nur Bäume flogen in die Luft. Und es geht weiter. Los. Flo, flogen in die Luft. Scheiße, ich bin von Pfosten gefahren. Von Pfosten. Von Pfosten. Von Pfosten. Von Pfosten. Ich hab Burn-Obs dominiert. Ja, ich dachte, wir sollen nicht nach Silverton. Ja, können wir doch, merke ich jetzt gerade. Ah, toll. Ja, das ist ja immer in ein Gebiet mehr. Ja. Ich fahr zwar nicht gerne in Silverton rum, aber... Boah, der wär aber auch richtig, richtig geil für Need for Speed World, wenn man diese Stadtteile einfach in Need for Speed World, in World Racing reinmacht. Hi, Christian. Hallo. Ist jetzt geht die Wand gefahren? Äh, ja. Gefreist. Guck mal, der fährt ein Hot Wheel. Hi, Hot Wheel. Ach, ich komm mal. XCC. Accelidaceraaaaaaahhhh. Pfff. Als halt wie die Zäune aufgegangen sind, die fling. Und der Mic steht irgendwie. Nimm, Christ, Flo, er hat uns da noch seine Musik daheim raussufen. Ja, ich bin doch am Fahren. Guck nochmal auf die Karte. Bööööö. Wo war das denn jetzt? Gebremst. Achso. Ei. Nein, ich bin doch noch mit Hörscher ahí. Alter, ruhig da euch. Das war eine Aktion. Aktion Mensch. Das wird gewählt. Wir hauen gleich an auf die Schnauze, doch. Du auf jeden Fall, ne? Soll ich wieder in meinen Bitz hier rumfahren? Was? Durch die Tankstelle. Au, au. Nee, also ich hätte doch lieber die Straße mit der Tankstelle neben so einer Stadt, die Waschstraße. Alter, warum guckt er nicht jeder von euch in diesem Scheiß? Wie heißt er? Rosewood oder wie das hieß? Lust darauf. Hä? Lust darauf. Was? Mal Bock drauf. Ich hasse Rosewood. Ich finde immer voll langweilig. Ich mochte das nie in Rosewood, weil da immer alles anfing. Und das heißt immer, ich muss so viel noch machen. Oh ja, hier war sogar das erste Rennen mit dem Golffahrer. So, Sonic, Sonic, keine Ahnung. Sony. 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 Nee, Sony heißt ja nicht Sony. Ja. Das wird ja geschrieben werden wie Sony. Oh, guck mal, da ist der. Das ist der mein Tony. Alter, da ist der Flo. Ach, das bist du scheiße. Boah. Ich hab direkt den Rückwärtsgang reingehauen. Ey, bei mir ist Christian grad weggepackt. Oder weggepackt. Ey, der hat den Rückwärtsgang reingehauen. So was hab ich auch schon gemacht. Nein, der war am Längen, der ist, ich hab den Grab, der ist verschwunden. Der ist nach rückwärtsgefahren, der ist mir vorbeigefahren. Nein, der ist nicht verschwunden. Doch. Der ist bei mir rückwärtsamig vorbeigefahren und da hab ich erst zu spät mitgekriegt. Ich hab gedacht, ich hab die Feuer versucht zu rammen, der hat mich Flo erwischt. Und da... Da, da... Das arma ich war wer kennt das Lied aus GTA 5 der Führer die Lübe jetzt auch um Golfplatz zu fahren ich komme nicht weg natürlich Gründer war es wird gibt in World Racing 2 als Schlittschuh fahren wir gehen in World Racing 2 Schlittschuh fahren o ich weiß gar nicht glaube ich glaube ich noch nicht mal so schlimm das würde ich sogar geil finden es gibt nämlich eine Map da kann man Prozent auf Eis fahren Schlittschuh fahren da kenne ich mich aus mit dir mit dem Bronco er ich habe mich durchgott voll verfranzte als Christian wieso Schlittschuh fahren im Ford Bronco weiß nicht mehr World Racing 2 ja aber wieso Schlittschuh fahren wir waren nur in Australien mit den Dingern nein wir waren damit in Italien im Eising in Italien Stimmen da hat er hat er wollte sogar aufnehmen haben wir aufgenommen war aber Länge als er ein Fiesta ist kommt es voll laut fester schon auch gut günstiger Winkel gehört leider ist nicht wo er überhämmern sollen da stand hier es hat schneller als ich Manno Heckantrieb auf dem Rasen so Heckantrieb der Floh der ist jetzt klar vom Vorteil mit seinem Allrad wirklich das es war es ist dann es ist Sporte nicht dahinten in Aua! Dankeschön du Blösverkehr-Auto. Schlechtsverkehr-Auto. Ah, der gedreht! Ich hab's jetzt gemerkt. Ich hab's gar nicht gesehen. Scheiße. Scheiße, ich hab's aber noch gesehen, Christian. Leute, bei mir ist es einfach machen die da. Guckuck, wie bin ich denn da jetzt festgerannt? Ja, an der Parkinsel. Ah, ey, das ist doch nicht. Ein Floh. Ein Floh. Boah, ein Bastard sieht schon wieder vorfallert aus. Ich hab mein Chevy auch von hinten. Ich weiß zwar nicht, warum von hinten, aber... Ich entschuldige mich übrigens, dass ich hier gerade... Ich hab mich gedreht. ...essen bin, weil mein Interpretist macht und freundlich es kalt wird. Boah, boah. Ich hab mich gerade gedreht. Aus dem Grund, ich weiß nicht wieso. Hat das denn jetzt eigentlich irgendjemand mitbekommen? Ja, du bist am Fressen, weil du meine Aufnahme wieder schlönen willst. Ich hab's mitbekommen. Weil ich dir genau verraten, weil ich dich am Heck getroffen hab, Mike. Hä? Du warst vor mir. Nein, du warst gerade an mir vorbei, dann hab ich kurz rübergesetzt. Und dich am Heck erwischt. Ohne Witz. Muss ich mir nachher nochmal angucken. Hab ich jetzt nicht geschnallt. Alter, kannst du immer aufhören, die gleichen Wege immer zu annehmen. Mach's nicht. Alter, Manu! Huiii. Ey, Christian. Was bist du vor Top-Suite so maler, ey? Warte, du den Verkehr wieder mitnimmst. Autsch! Ja! Fällt das? Ne, ich glaub nicht. Ich lach mal von nein. Ah, hm. Knapp. Ja, gut. Wird auch schon, echt, das ist jetzt echt knobelig, muss ich schon sagen. Warum? Nervt der Chevy. Nö, nö. Scheiße! Boah, es kostiert alles. Nö, du hast dich jetzt mal schnell rüber, ey. Nö, du hast mich von der Map gekickt! Ne, ne, von der Straße nur schon. Weit, hier hat sich grad ausge... Alter Flo, bist du jetzt da am Essen oder am Musikhören oder... Nö, warum? Weil du saulahmarschig bist. Nein, ich komm doch immer näher, ich war doch grad ganz weit weg. Bist du immer noch. Guck mal, wo ich bin. Ja, da hinten irgendwo. Du kommst grad von der Autobahn runter. Wenn er jetzt da lang fährt, dann ist er am Arsch, das weiß er hoffentlich. Ja, macht er auch. Er weiß es nicht. Okay, gut. Ich hab mich gedreht wieder! Nein! Oh, klar! Alter, das hat die Sonneneffekte, Battlefield. Bei Gran Turismo 2000 sind die stärker. Ey, Christian! Alter, wo guckt der denn jetzt wieder hin? Alter, der lag bei mir immer so und wenn ich den ramme, ist er weg. Ey, wo? Aua! Ja, hier lang. Hä? Wo ist er hin? Ja, hier. Bin ich jetzt drauf? Ja. Ja, bin ich auch. Hä, wo ist er hingefahren jetzt? Da will ich auf der Kasse nur noch drehen. Wo ist denn der jetzt hingefahren gerade? Der fährt gerade wieder zu der einen Tankstelle. Na, warum konnte der jetzt nicht in die kleine Abkürzung reinfahren, ey? Warum? Weil er lernt aus seinen Fehlern. Ja, ich hätte aber eine Straßensperre gemacht. Nicht wie du den Fehler einfach auf den Zug hast. Nein, der war über mich rüber gesprungen. Ey, wo ist er? Ah, fick dich doch! Scheiße! Ey, Christian! Wo ist Flo? Äh, ungefähr neben mir. Neben mir? Ungefähr. Du hast gerade neben mir gesagt. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ach, da! Boah! Alter! Boah! Geh schon durch! Sag nix Flo! Hey! Sag nix Flo! Ui! Alter du! Polen! Paee! Ey, wo ist er? Ja, umdrehen! Alter! Hör mal auf jetzt! Ich häng fest wegen Flo! Alter! Warte! 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 Und wo seid ihr? Ich bin jetzt ganz hinten, dann Flo! Warum häng mir? Weil du gerade mir ein Verkehrsauto vor die Fresse geschmissen hast und das an mir festgegangen hat. Hä, das kann, das ist außerhalb. Das hab ich ne Aufnahme und das kannst du nicht äh, gedießen. Warum fährst du schon wieder so lang? Man, auf dein Kackbrot zu fressen. Hä? Oder was du da isst. Erstens ist es Pizza, zweitens war es grad Verkehr. Du isst jeden Tag Pizza, Alter. Pizza! Ja, eigentlich schon. Pizza! Aber Pizza ist auch keine. Das kommt übrigens übermorgen. So. Oder morgen. Alter, hör auf damit, Christian! Pizza! Hast du die Map offen? Nein, ohne Witz. Okay. Alter, Döner! Fahr einfach irgendwo hin. So wie ich, äh, letzten Mal. Ja, so ungefähr, aber nun. Döner! Döner! Macht schöner. Okay, meine Fahrt hat gewünscht. Also, ich bin dran vorbeigefahren, ganz klar. Das sah ungefähr aus wie 2012 der Film, aber ich bin dran vorbeigefahren. Und durch Tau den Flur, Christian nicht. Tau! Er fährt jetzt jede Ausfahrt rein. Und der fährt natürlich genau die rein, wo ich nicht dran bin. Richtig. Nein, Flo! Nein, Flo! Alter, das war knapp. Weil du beinahe in mir reingerumpst wärst. Fahr du mal gerade aus. Ich hab's doch gewusst, Alter! Musst er hin? Monsterfeet! Alter! Monsterfeet! Was hab ich denn gemacht? Ich hab dir nur eine gegeben jetzt. Oh, richtig hast du mir eine gegeben. Weißt du noch, wo ich dir so fest eine gegeben hab mit der Corvette? Ich hab dir jetzt nicht noch eine gegeben, welche ist vor am Arsch gewesen. Nein! Was der? Entschuldigung, warte, Aufnahme, Neustart. Weißt du noch, wo ich dich mit der Corvette gerammt hab, wo ich dich so fest gerammt hab, und meine Corvette einfach umgekippt ist dabei? Ja. Scheiße. Hey, weißt du noch, als die Corvette... Ja, scheiße. Alter, was mach ich hier? Autofahren. Nee, ich fahr mir den reizten Sch... Boah, Alter. Aber ich hätt's noch geschafft. I'm coming. Ich auch. Yo. Bleib bloß da! Nein! 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 Wo ist er denn jetzt? Autofahren. Ich hör Geräusche. Da sind sie ja, die beiden. Nein! Er dachte, er war... Hö! Der kommt nach dir hin! Nein! Ah! Nein! Hör dir so! Ja! Geil, ich liebe es. Ich bin das grünschtig. Ah, das macht Spaß. Ja, das macht schön Spaß, muss ich selber auch sagen. Ah, Alter. Aber als Verfolger find ich das Spaß. Und so wie ihr, ey, ich krieg den Meiden. Mh. Tja, wump, 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 wump. Das hat uns ja auch voll geärgert. Aaaaa! Aaaaa! Boah! Alter, Flo! Oho! Du Stinke-Po! Aber was ist das denn jetzt? Er fährt sich ernsthaft durch. Nee! Nee! Alter, war das... Das sah geil aus. Das sah aus wie Flatout, nur billiger. Flatout. Nur billiger. Alter, was macht der da vorne, ey? Steck da voll rum. Gleich schießt... Alter! Ah! 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 Christian! Christian! Wir können dich nicht mehr verfolgen. Alter, weißt du, was der gerade bei mir gemacht hat? Der ist gerade bei mir vor die Wand, du nennst, der weggeportet. Der ist bei mir in die Wand gefahren! So sah das aus. Was macht hier? Christian! Du bist hier gerade voll am rumlangen, Mann! Ich bin wieder raus! Ich bin raus! Ich bin raus! Haben dich! Ich bin rausgeflogen! Ich bin rausgeflogen! Ich bin rausgeflogen! Alter, guck mal, Flo! Guck mal, Flo! Der gibt dir Vollgas die ganze Zeit gegen die Wand! Hallo? Hört ihr mich? Ja! Gut, ich bin rausgeflogen! Flo? Ja! Bist... Bewegst du dich noch? Nee, nö! Okay, doch! Ich hab gedacht, du wirst jetzt abgestützt, deswegen hab ich dich berührt. Ja, wir unterbrechen nochmal, weil der Christian schon wieder abgestützt ist. Bis zum nächsten Mal, blablabla, tschüss! So, da sind wir mal wieder, beim dritten Mal schon. Sorry, Leute! Gesundheit! Ja, den Captain Jack Sparrow ist das Seil gerissen und dann ist sein Boot einfach abgehauen, deswegen hat er keine Leitung mehr gehabt und musste ganz schnell weg. Und der ist gerade nicht vor die Wand gefahren und dann auf zwei Räder durch die Gegend gedreht und hat umgedreht und ist voll vor die Wand gerast. Hat er nicht gemacht. War nur Illusion! Dill, dill, dill! Alter, meine Handlingspunktzahl, die geht gar nicht, ey! Meine Handlingspunktzahl, die geht gar nicht. Warum? Irgendwann mit 303 oder so. Ja. 303 und der Rest ist auch 500, war irgendwie voll übertrieben, ist von Klasse C Auto. Also. Na, ich hätte die Reichelein, wo sie rennen. Ist das so, ach, ne, uuuu, ist das ein Beat. Ich bin draußen. Ich nicht. Das ist schön. Warum nicht? Weil ich nicht rauskomme. Ein Stück gut. Ah. Ah. Christian draußen. Nein. Ich draußen. Wir waren jetzt nur mal der Christian, ne? Ja. Alter, flatter, flatter, flatter. Alter. Der Epilepsie bei. So, ich komm jetzt raus. Wieder mal. In the 90s. Wer unterbrecht noch mal die Aufnahme? So, da sind wir wieder. Der Christian, der hat mich gerade hart verarscht und hat gesagt, der wird draußen, obwohl er nicht draußen ist. Dann ist er draußen gegangen und ich bin reingegangen. Das klingt sehr... Und jetzt komm ich nicht mehr raus. Und da ist gerade wieder einer abgekackt. Wenn's jetzt Christian war, mach ich keine Aufnahme mehr. Ich bin nur da. Boah, Christian, ich mach da nicht rum. Jetzt bin ich draußen. Der Christian fällt hier aber nur rum. Ahaha, aber wie? Lass den mal hinterher, lass den mal hinterher. Kann mal den Bruder trinken. Flo. Ja. Der steht hier. Achso, ich komm. Jetzt geht's wieder. Christian, du warst grad wieder weg. Ja. Aber nicht mit dem Auto. Also nicht mit dem Word, sondern nur mit dem Auto. Ja, aber... Boah, Alter, was machst du da? Du lachst voll heftig, Christian. Du schießt gleich bestimmt wieder weg. Ja. Ja. Oh je. Bist du dir sicher, dass dein Volumen nicht leer ist? Ich schwör. Sieht man das denn irgendwo? Ja, erstmal wird hier angezeigt, wenn der fast leer ist. Und die SMS kam noch überhaupt gar nicht. Scheiße. Äh, bist du überhaupt... Nee, bist du... Ich knapp, Mike. Boah. Ja, das sah grad aus wie... Was machst du da, Flo? Hä? Ich dachte, der wäre rausgefloh. Nein, ist er doch nicht. Und du nicht. Ah, da. Boah, ich flieg dich gleich raus. Okay. Ich flieg dich gleich raus. Ich flieg dich gleich raus. Alter, das ist für ein Deutsch. Ich flieg dich gleich raus. Ich flieg dich gleich raus. Ich bin mit Initial-D. Was? Ich lebe in der Nacht. Aua! Boah! 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 He, sind wir richtig. Ja, das müsste ich jetzt, weil der Christian hat echt scheiße mit mir gebrauchen. Ei, ei, jo. Hey, was? Boah, ey! Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich bin hier. Der Dödel. der Saktor über der Garnel bei den Dornen er ist auch der Fakir Schickfest ich wohne Christian die Lappen mir wohl und das bei uns nur und und was hast du gemacht nein ich denke dass er es gleich wieder abkackt der Pfarrer meinte hermann er kann den Karten ja wenn ich die Gefangenheit dann dann das Arsch der Welt dann müsste es weiter mehr kommen dann bläst du in Europa für uns zu prob Althair ja ja ich verstehe die Mölle für immer welche Scheiße dazwischen lauert nein ich werde ich versuche mit dem Kamp kommunizieren nur ein Reise hey Christian Alter, hör auf rumzudrehen Christian, hör auf Alter was macht der da? der ist doch verschwunden okay, der ist schon wieder abgeschissen der ist bei mir gerade in den Kreis gefahren jetzt hat er wieder abgestürzt so Leute, ich hab keinen Bock mehr aufzunehmen das war's fürs Erste wir sehen uns halt nächstes Mal wieder Alter, der hat mich jetzt gerade gerammt Sack wenn es heißt Busfahrschpro tschö oh Christian, ich nehm nicht mit Alter